Nächste Woche mehr hier am Schuss. Wir kriegen jetzt wieder auf den 14.00 Uhr. Das heißt, wir sind in der nächsten Woche. Ich hoffe, dass ich das nicht und dann kommt er vor. Versehrensportland, bitte. Der Sitz. Alles, bitte. Das Auto umgebaut. Das ist ein ehemaliger Schieringfahrer, hat einen schweren Unfall gehabt dabei. Der Sitz. Das ist die Möglichkeit, die Gelegenheit, nur mit Fahrermarker zu bringen. Einen Ultraschnellmann als Sepp Strebinger hat Dominik Seleck-Adschnick aus seinen Piloten auserkoren. Mit der 629 Steleck-Pettag, herzlich willkommen hier in Österreich. Wir haben den großen Herausforderer bei den Supercars Gerard Leder mit einem Bruchteil seiner Familie mit der bärenstarken Skoda-Fabia MK3. Birgit Gutner mit der 313, die hat gleich den Richard mitgenommen, was so verdieft in meine Zettel. Dankeschön, viel Spaß noch beim Rallycross hier in Fuglau. Mit der 289, ein schneller Mann. Otratsky, da haben wir die Startnummer 53, aber leider keinen Namen da, aber die werden wir doch. Spinek Novacek, Thomas Saic mit dem Ford Escort, ist auch hier in Fuglau. Dann geht's los mit dem Rallycross, mit dem Rallycross, geht durch Rallycross und kontrolliert. Spätet aus, was wir in uns hier als Heilgewisser gekommen. Ja, bis schon 26, seiner Kuse, Lukas. Spätet aus, was wir sehen uns hier immer wieder? Spätet aus, was wir heute gucken. Spätet aus, was wir jetzt Uhrs zieht? Spätet aus, was wir jetzt hier sehen uns bei dem Feuer in Fuglau-Fuglau-Fuglau? Spätet aus, was wir sehen uns hier in Fuglau-Fuglau. Das war's für heute. Ja, das ist gut.